Aus pädagogischer Perspektive ist die Lautsprache das zentrale Medium schulischen Lernens, sozialen Handelns und emotionalen Erlebens. Durch die Sprache werden Gedanken und Gefühle in Wörter gefasst und werden so mit anderen geteilt. Sprache ist, wie der Sprachhaltpädagoge Otto Braun schrieb 2006, ist nichts anderes als eine spezialisierte und konventionalisierte Fortführung gemeinsamen Handelns. Sie ist spezialisiert, weil sie symbolisch ist, sie ist auf einen Gesprächspartner orientiert, interaktiv und sie folgt grammatischen Regeln, sprachlichen Konventionen und ist damit Medium und Gegenstand des Unterrichts zugleich. Jede Lehrkraft sollte also über Grundkenntnisse über Sprache verfügen. Dieses grundlegende Wissen über den strukturellen Aufbau der Sprache, die Didaktik des Deutschunterrichts sowie allgemeine Prinzipien der Gesprächsführung und Moderation sind erforderlich, um allen Schülerinnen und Schülern das Erleben erfolgreicher Kommunikation und das Nachdenken über Sprache und Kommunikation zu ermöglichen. Also wie und warum Sprache in der Kommunikation eigentlich verwendet wird. Lehrkräfte verschiedener Unterrichtsfächer können die elementaren Prinzipien der Spracherziehung und sprachlichen Bildung durchgehend in ihren Unterricht einbringen und auch Eltern anregen, diese Prinzipien in der Kommunikation mit ihren Kindern umzusetzen. Bei Kindern und Jugendlichen kommt es immer wieder zu spezifischen, erschwerten Bedingungen in der Sprachentwicklung und dem Sprachgebrauch. Unabhängig von einer Mehrsprachigkeit oder soziokulturellen Anregung beeinträchtigen erworbene oder entwicklungsbedingte Schwierigkeiten die Aussprache und können zur Aussprachestörung oder Stottern auf der kommunikativen und Redeflossebene führen und können damit mehr oder weniger stark den Gebrauch der Sprache, das Sprechen, die Stimme und die Redeflüssigkeit und damit insgesamt die Teilhabe an der Kommunikation und im Unterricht an Bildung und Erziehung beeinträchtigen. Außerhalb der Schule kann dabei die sprachtherapeutische Unterstützung durch Logopädie erforderlich werden. In der Schule ist es Aufgabe aller Lehrkräfte, die Fähigkeiten und Schwierigkeiten dieser Schülerinnen und Schüler bei der Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchführung zu berücksichtigen, Lern- und Bildungsangebote anzupassen und geeignete Fördermöglichkeiten, etwa durch Kooperation mit anderen spezialisierten Lehrkräften, bereitzustellen. Unterrichtsintegrierte und unterrichtsimmanente sprachspezifische Förderung geht über Sprachbildung und Spracherziehung hinaus. Hindernisse, die durch die Erwartungen der Gesprächspartnerinnen und Partner, die sprachlichen Anforderungen, Leistungsanforderungen des Gesprächsthemas und Gesprächsverlaufes sowie die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler entstehen, beeinträchtigen den erwartungsgemäßen Gebrauch der Lautsprache in produktiver und rezeptiver Hinsicht. Dann wird Sprache selbst zum Gegenstand pädagogischer und sonderpädagogischer Unterstützungsmaßnahmen. Die mit einer solchen Situation entstehende individuelle, wie Homburg schon 1983 schrieb, Sprech- und Formulierungskrise macht Sprache dann bewusstseinspflichtig und fachpädagogische Interventionen möglich und nötig, lernwirksam und deshalb sinnvoll. Wenn Kinder also erfolgreich kommunizieren, also Wünsche und Gedanken ausdrücken und gemeinsames Handeln im Unterricht planen und beschreiben können, ist diese Leistung aber noch nicht gleichbedeutend mit den formalsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Spracherzieherische Maßnahmen sind alle Maßnahmen, die in einem sprachbewussten Unterricht umgesetzt werden. Bewusstes spracherzieherisches Handeln von Lehrkräften und auch Eltern umfasst zum einen die Gestaltung einer Umgebung, die Kinder zum Sprechen und zum Nachdenken über Sprache anregt. Zum anderen wird der Dialog mit dem Kind bewusst gestaltet. Eine solche kommunikative Umgebung bzw. kommunikationsfördernde Umgebung, die Autorinnen Rebe und Schönhaber-Schneider nennen es auch ein kommunikatives Milieu, können reichen von der räumlichen und gegenständlichen Gestaltung im Klassenraum bis hin zur Gesprächsgestaltung. Äußere physische Rahmenbedingungen können optimiert werden, zum Beispiel hinsichtlich der Raumakustik, dass versucht wird, einen möglichst geringen Hintergrundgeräuschpegel durch andere Störgeräusche, beispielsweise bei Gruppenarbeiten, zu reduzieren, dass der Raum auch eine geringe Nachhaltzeit hat, zum Beispiel durch vorhandene Schallschutzdecken oder schallabsorbierende Wandelemente wie zum Beispiel Teppichböden, Kissen oder Gardinen und dass auch in der Unterrichtskommunikation, in den Unterrichtsgesprächen geachtet wird, auf einen möglichst geringen Abstand zwischen Sprecherinnen und Sprechern und den Hörenden. Kinder mit Sprachbeeinträchtigen, die benötigen so ein kommunikationsförderndes Milieu, das auch kleine sprachliche Äußerungen der Kinder oder mimisch-gestische Reaktion positiv würdigt und auch indem auch ein sprachliches Lob vorkommt, das also auf das Einhalten bestimmter grammatischer Regeln beispielsweise oder auf die korrekte Aussprache sich bezieht und dies auch als Lob positiv und erkennbar erwähnt. Zusätzlich helfen klare Gesprächsregeln, um Sprache ausreichend zu verstehen und auch genug Zeit für Äußerungen zu haben. Diese Gesprächsregeln, die sollten positiv formuliert sein und möglichst klar sein. Mit Abbildungen, mit Bildern oder Fotografien im Klassenraum kann dies ergänzt werden. Diese Gesprächsregeln, die dann zum Beispiel lauten können, ich höre gut zu, ich bin leise, ich melde mich. Zu der Gestaltung eines kommunikationsfördernden Milieus gehört auch das Schaffen einer Fragekultur. Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, die fragen selten danach, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder etwas möglicherweise missverstanden haben. Oftmals erkennen sie ihr Nichtverstehen auch gar nicht und sie trauen sich dann nicht, eine Frage zu stellen, da Fragen assoziiert werden mit mangelnder Aufmerksamkeit, fehlendem Wollen oder Können. Deshalb ist es im Unterricht besonders wichtig, dass Fragen als etwas Positives und Wichtiges dargestellt werden und auch gelebt werden. Die Lehrkraft erreicht dies durch ihr eigenes Vorbild, wenn sie zum Beispiel selbst bei unbekannten Wörtern nachfragt oder durch positive Verstärkung von Schülerinnen und Schülern die Fragen, indem sie sagen, super, dass du nachfragst. Und die Einbeziehung des Umfelds, das heißt alle beteiligten Lehrkräfte, also auch in anderen Unterrichtsfächern, Sport, Mathematik, Kunst, sollten aufgeklärt werden, über die Bedeutung und wichtige Funktion von Fragen und dem Fragen stellen dürfen, sodass alle Fragen gelobt und keinesfalls getadelt werden sollen. Also nicht, dass gefragt wird, das hast du schon wieder nicht aufgepasst, kannst du bitte zuhören, geachtet wird, toll, dass du fragst. Auch alltägliche Unterrichtsrituale können zum Sprechen anregen und die Kommunikationsbereitschaft fördern. Solche Unterrichtsrituale können zum Beispiel, dass durch Textkarten oder Abbildungen Piktogramme visualisierte, an der Tafel visualisierte, visualisierte Tagespläne sein, bestimmte Dienste, Klassenraumdienste, die eingehalten werden, wie das Blumengießen oder das Müllausleeren. Auch der Kalender und der Arbeitsplan oder Morgenkreis können durch Abbildungen oder Piktogramme visualisiert werden. Solche alltäglichen Unterrichtsrituale, die regen dann auch zum handlungsbegleitenden Sprechen und zur Kommunikation allgemein ein. Handlungsbegleitendes Sprechen wird dann erforderlich und nötig, wenn das Erklären von Handlungsabläufen oder Arbeitsaufträgen zu komplex wird, zu lang wird, wenn es zu viele Handlungsschritte gibt. Dann bietet es sich an, dass statt zu erklären, man Übungen oder Spiele auch vormachen kann, idealerweise mit Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und dabei handlungsbegleitend spricht, also die einzelnen handlungssprachlich begleitet, beispielsweise ich nehme zuerst den Würfel, dann lege ich den Würfel dorthin oder was in der Situation eben gerade gemacht wird. Die Lehrkraft spricht also während des Handelns mit und hilfreich ist dabei auch der Einsatz von nonverbalen Mitteln, von Zeigen, von Gesten oder auch durch Gegenstände, die dann zur Veranschaulichung herangezogen werden. Neben der Gestaltung der kommunikativen Rahmenbedingungen als spracherzieherisches Handeln in einem sprachbewussten Unterricht ist die bewusste Gestaltung des Dialoges an sich. Neben der konkreten technischen Gestaltung des Dialoges, des Sprecherwechsels, des sogenannten Turntakings, das also geachtet wird, dass der Gesprächspartner aussprechen kann, das nicht unterbrochen wird, ist auch entscheidend die Gestaltung meines Beitrages im Dialog selbst. Und diese Gestaltung, die kann sich beziehen auf das Mitteilen und Transparentmachen der eigenen Gedanken und Gefühle, denn Sprache, die ordnet mit Wortfeldern, Ober- und Unterbegriffen, das eigene Denken, kann kausale Zusammenhänge verständlich machen und kann sich auch auf Nichtsichtbares, Vergangenes, Zukünftiges oder Mögliches beziehen. Auch das Interesse an dem Wortschatzerwerb soll geweckt werden, denn Begriffe lassen sich nach sprachlichen, auch ganz subjektiven Merkmalen ordnen und unterscheiden. Und diese Einsicht, die kann neugierig machen auf die Bezeichnung unbekannte Objekte und Sachverhalte in der kindlichen Lebenswelt. Entscheidend ist auch ein bewusster Einsatz der Körpersprache, der Mimik im Gesicht und auch der Sprechmelodie. Diese Nonnen und sogenannten paraverbalen Ausdrucksformen können verbale Ausdrucksschwierigkeiten vorübergehend kompensieren, aber auch Äußerungsabsichten unterstreichen. Sprechmelodie, also Akzentuierung und Betonung von Silben sind wichtige Funktionen für den Wortschatzerwerb. Nicht zuletzt ist das aktive Zuhören ein ganz wichtiger Aspekt der bewussten Gestaltung des Dialoges als spracherzieherische Maßnahme. Lehrkräfte und auch Eltern selbst sollten mit Blickkontakt signalisieren für die Dauer des Kind der kindlichen Äußerung und mit nonverbalen Hinweisen wie bestätigendem Nicken ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und das Interesse an der kindlichen Äußerung. Während eines Gespräches sollten Lehrkräfte, auch Eltern, aufmerksam und zugewandt sein und geduldig und aktiv zuhören. Dies ist für Lehrerinnen und Lehrer und Eltern aufgrund der aktuellen Situation in der Unterrichtshektik oder sonstigen Gründen, wenn das nicht möglich ist, dann sollte das Gespräch lieber verschoben werden. Sprachbildung umfasst alle Bildungsangebote, die den Gebrauch von Sprachstrukturen und Sprachfunktionen in den Mittelpunkt rücken, also zum Beispiel Fachbegriffe oder Begründungen bei der Erklärung von beobachteten Sachverhalten im Unterricht. Also Angebote, die Sprachstrukturen und Funktionen in den Mittelpunkt rücken, die in der Unterrichtskommunikation in den einzelnen Unterrichtsfächern dann erforderlich wird. Dieses im Unterricht verwendete Sprachregister, die Linguistik nennt das auch Varietät, auch Bildungssprache genannt, unterscheidet sich von der Alltagssprache dadurch, dass sich die Inhalte oft nicht auf den unmittelbaren gemeinsam erlebten Kontext beziehen, also durch räumliche Distanz geprägt ist und dass es Fachbegriffe und oft einen komplexeren Satzbau enthält. Zum Beispiel wie im Sportunterricht, wenn gesagt wird, Grätschwinkelsprung vom Balken als Abgang, statt ich springe darunter. Oder im Chemieunterricht, wir geben die Flüssigkeit in den Kolben statt, wir kippen das da rein. Bildungssprache enthält häufig Nominalisierungen, wie zum Beispiel das Lesen, der Abbau, die Zusammenfassung. Auch Komposita, wie Winkelmaß oder Seitenfläche. Und auch Partizipialattribute, wie die siedende Flüssigkeit oder Präpositionaladverbiale, wie Unterdruck durch Erhitzen. Sprachliche Bildungsangebote schaffen in jedem Unterrichtsfach also ein Bewusstsein über die verwendeten sprachlichen Strukturen der Bildungssprache, zum Beispiel den Wortschatz oder den Satzbau. Zudem gibt es regelmäßig die Gelegenheit, diese Strukturen auch schriftlich zu erfahren. Die folgende Auswahl didaktischer maßnahmensprachliche Bildung verdeutlicht dies. Ein bildungssprachlicher Kontext ist häufig charakterisiert durch die Ermöglichung von Nachfragen und der Diskussion. Offene oder W-Fragen, die erfordern längere Äußerungen und durch die erforderlichen Begründungen, nämlich die Verwendung des Weil, auch komplexe Satzstrukturen, zum Beispiel Nebensatzkonstruktionen mit subordinierenden Konjunktionen. Fachbegriffe und bildungssprachliche Besonderheiten sollten auf Lernplakaten dauerhaft nachlesbar gemacht werden. Fachbegriffe und Unterschiede, die alltags- und bildungssprachliche Verwendung von Wörtern können an einem Tafelschrieb sichtbar gemacht werden, wenn zum Beispiel der Begriff Kraft im Physikunterricht fällt, aber gleichzeitig auch alltagssprachlich oder im Kontext des Sportsunterrichts. Sachliche und sprachliche Anforderungen und Lernziele sollten ausdrücklich voneinander unterschieden werden, indem zum Beispiel gesagt wird, heute üben wir die Addition und Subtraktion und dabei wollen wir besonders auf die Verben achten, die wir verwenden. Neu eingeführte Wörter können zusätzlich schriftlich dargestellt werden, zum Beispiel Nomen mit Artikeln und Verben im Infinitiv und durch Tafelanschrieb oder Arbeitsblätter veranschaulicht werden. Die mündliche Sprachproduktion sollte so oft wie möglich durch Visualisierung unterstützt werden, durch Schrift und Schaubilder. Und semantische und syntaktische Abrufhilfen können auch über den Tafelanschrieb nachlesbar gemacht werden. Eine semantische Abrufhilfe wäre zum Beispiel, es handelt sich um ein Huftier und eine syntaktische Abrufhilfe wäre zum Beispiel ein Satzanfang. Weitere ganz spezifische Techniken im Kontext sprachlicher Bildungsangebote sind auch das Mikro- und das Makroska-Folding und auf diese Methoden wird in einer separaten Lecture eingegangen. Von spezifischer Sprachförderung im Kontext von Schule spricht man, wenn der Gebrauch von Sprachstrukturen und Funktionen wie in bildungssprachlichen Kontexten auch im Kontext der Alltagssprache im Fokus steht und in den Fokus gerückt wird. Diese Methoden und Maßnahmen, die orientieren sich systematisch und individualisiert an linguistischen Ebenen des rezeptiven und produktiven Sprachgebrauchs. Sprachsensible, sprachbewusste Erziehungs- und Bildungsangebote richten sich an alle Kinder und Jugendliche. Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprachen können einen größeren Bedarf an Hilfestellung für die bisher genannten Besonderheiten der Bildungssprache und in ihrer Anwendung im Unterricht aufweisen. Bei erworbenen und entwicklungsbedingten Sprachbeeinträchtigungen, die sich unabhängig vom Umstand in der Mehrsprachigkeit zeigen, ergeben sich zusätzlich auch Probleme in der Alltagssprache. Solche Schülerinnen und Schüler erhalten teilweise auch außerhalb der Schule unterstützende Sprachtherapie durch Logopädie. Aber auch während des Unterrichts in der Schule in Zusammenarbeit mit dafür spezialisierten Lehrkräften kann auf die Bedürfnisse und Kommunikationsschwierigkeiten eingegangen werden, um die volle Teilhabe am gemeinsamen Unterricht zu gewährleisten. Allgemeine Prinzipien der Unterrichtskommunikation können etwa bei stöttenden Schülern und Schülern beachtet werden. Nach einer Beratung können alle Lehrkräfte spezifische Förderstrategien auch in allen anderen Unterrichtsfächern und nicht nur Deutschunterricht im Regelunterricht selbst oder im Teen Teaching in Kooperation mit auf Sprache spezialisierte Lehrkräfte umsetzen. Die allgemeinen Prinzipien guten Unterrichts und Prinzipien zur Förderung der Bildungssprache und Grundsätze einer allgemeinen Deutschdidaktik unterstützen Kinder mit Schwierigkeiten in der Entwicklung ihrer spezifischen sprachstrukturellen Fähigkeiten oft nur begrenzt. Dies umfasst etwa unspezifische methodische Umsetzungsformen, zum Beispiel Partnerarbeit oder Gruppendiskussionen, Impulse durch Bilder, die in der Praxis dann vage als Sprechanlässe umschrieben werden. Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen Beeinträchtigungen haben oftmals gelernt, ihre sprachspezifischen Probleme durch nonverbale Ausdrucksweisen und Strategien zu kompensieren oder sprachliche Anforderungssituationen zu vermeiden. Die notwendige Unterscheidung zwischen den sprachspezifischen Leistungen und den nonverbalen kommunikativen Fertigkeiten, die trotzdem erfolgreich eingesetzt werden können, wird häufig nicht ausreichend gewürdigt und das erfolgreich kommunizierende Kind wird als sprachunauffällig betrachtet. Bei einer verzögerten oder gestörten Entwicklung der formalsprachlichen und kommunikativ-pragmatischen Fähigkeit bestehen Risiken für den Schulerfolg insgesamt, da sich die sprachlichen Beeinträchtigungen unmittelbar auf den Schriftspracherwerb, den Erwerb der Zweit- und Fremdsprachen sowie die sozialen Fähigkeiten auswirken können. Sprachentwicklungsprobleme und erworbene Sprachbeeinträchtigung zeigen sich in allen sprachlichen Registern, also Alltagssprache und Bildungssprache und auf einzelnen oder mehreren sprachlichen Ebenen, zum Beispiel auf der Lautebene oder Stimme und Modalitäten, also der produktiven und der rezeptiven Ebene. Wir unterscheiden dabei also zwischen der produktiven, zwischen dem produktiven und dem rezeptiven Sprachgebrauch und unterscheiden und beschreiben auf den Ebenen der Bildung der einzelnen Laute, also Phonetik, der Fähigkeit, Laute unterscheiden zu können und verwenden zu können, die Phonologie, Wörter benutzen zu können, das Lexikon und der Wortbedeutung, also die Wortbedeutung zu kennen, die Semantik, Wortformen bilden zu können, das ist die Morphologie, Sätze bauen zu können, das ist die Syntax- und Satzstrukturen verstehen zu können, sowie auch der Fähigkeit, Redeflüssigkeit zu beherrschen, sowie Melodie, Pausierung, Akzentuierung und Lautstärke, das nennt man Prosodie und Sprache auf diesen Ebenen der jeweiligen Kommunikationssituation anzupassen, das nennt man Pragmatik. Der formalsprachliche Ausdruck wird also betrachtet im Zusammenhang von kognitiven, sozialemotionalen Fähigkeiten und hängt mit diesen kognitiven, sozialemotionalen und kommunikativen Fähigkeiten zusammen. Also die Frage, was weiß ich eigentlich über was ich gerade spreche und sozialemotionalen Fähigkeiten, was will ich eigentlich erreichen im Gespräch und in kommunikativen Fähigkeiten? Weiß ich eigentlich mit wem ich hier gerade spreche, in welcher Situation und was wird von mir erwartet? Bei der spezifischen Sprachförderung im schulischen Kontext wird also zum einen spezifisch die produktive und rezeptive Fähigkeit der Sprachbenutzung auf den einzelnen linguistischen Ebenen betrachtet, als auch die subjektive Lebensqualität und die psychosozialen Faktoren des Kindes oder des Jugendlichen unter den Bedingungen der Sprachbeeinträchtigung werden beobachtet mit Blick auf Mobbingrisiko und Lernmotivation. Im Umgang mit Sprachentwicklungsproblemen und erworbenen Sprachbeeinträchtigung sind sowohl spezialisierte Fachkräfte für die Sprachtherapie, insbesondere außerhalb der Schule, als auch innerhalb der Schule Lehrkräfte gefragt. Klinisch-therapeutische spezialisierte Fachkräfte wie Logopädinnen und Logopäden widmen sich in erster Linie der Korrektur der falschen Produktion auf den sprachlichen Oberflächenstrukturen, der Äußerung von Schülerinnen und Schülern mit Sprachbeeinträchtigung, also beispielsweise der korrekten Aussprache, Wortschatz, Satzbau, flüssige Rede oder den richtigen Stimmgebrauch. Lehrkräfte fragen, wie sich diese Schwierigkeiten auf die Entwicklung der kognitiven, emotionalen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten auswirken und wie sie vermieden oder vermindert werden können. Nicht erfolgreiche Kommunikation, das heißt Sprech- oder Formulierungs- und Kommunikationskrisen kann alle beteiligten Kommunikationspartnerinnen und Partner verunsichern und von Missverständnissen bis hin zu Mobbing und Bullying führen. Die psychosozialen Belastungen können dann gerade in inklusiven Settings das Selbstwertgefühl von Schülerinnen und Schülern beeinträchtigen und zu externalisierenden, also aggressives Verhalten oder der Klassenclown oder internalisierenden Verhaltensweisen führen, zum Beispiel durch sozialer Rückzug, sowie in Folge wiederum psychoreaktive Kommunikationsstörungen verursachen wie Sprechangst oder Mutismus. Methoden der spezifischen Sprachförderung im schulischen Kontext sind beispielsweise die gezielt eingesetzte Sprache der Lehrkraft und auch sogenannte Modellierungstechniken. Auf diese beiden methodischen Bereiche wird in separaten E-Lectors ausführlicher eingegangen. Diese Methoden werden unterrichtsintegriert oder unterrichtsimmanent eingesetzt. Das heißt, sie werden zu bestimmten Unterrichtsmethoden und Aufgaben und Übungen addiert oder sie finden unterrichtsimmanent stand. Das heißt, die Aufgaben, die Übungen, die Themen, die Sozial- und Arbeitsform selbst sind sprachentwicklungsfördernd und kommunikationsfördernd. Sprachtherapie und Logopädie schließlich wird von Medizinalfachkräften im Gesundheitssystem umgesetzt, nicht von Pädagoginnen oder Pädagogen, aber auch die Handlungsform der Sprachtherapie bzw. Logopädie fokussiert den Gebrauch von Sprachstrukturen und Funktionen auch in der Alltagssprache, ähnlich wie die spezifische Sprachförderung. Die Methoden und Maßnahmen orientieren sich auch systematisch und individualisiert an linguistischen Ebenen des rezeptiven und produktiven Sprachgebrauches. Sie umfassen allerdings auch funktionelle Techniken und Übungen auch im sprechmotorischen Bereich und physiologischen Bereich, wenn es zum Beispiel um Schluckstörungen im Zusammenhang mit myofunktionellen Störungen, das sind besondere Formen organischer Sprechstörungen geht. Sie umfassen auch Aspekte der Atmung und Artikulationsorgane. Die Ziele dieser Techniken und Übungen zur Beseitigung von Störungen haben keine obligatorische Anbindung an Bildungsziele oder schulische Lernziele. Das heißt, sie verfolgen keinen Bildungsauftrag und sind auch nicht an unterrichtlich und schulisch relevante Lernziele gebunden. Sie werden häufig additiv, also ergänzend zu schulischen Angeboten eingesetzt. Wenn wir also sehr allgemein und ungenau von Sprachförderung in der Schule sprechen, können wir nun also die Frage beantworten, wer macht eigentlich was? Von Spracherziehung oder sprachbewusstem Unterricht sprechen wir, wenn alle Schülerinnen und Schüler adressiert sind und es kann und sollte auch Aufgabe aller Lehrkräfte und auch der Eltern sein. Im Fokus bei den spracherziehenden Maßnahmen in einem sprachbewussten Unterricht steht die Fähigkeit, einen Dialog führen und mitgestalten zu können. Demgegenüber ist in der Handlungsform der Sprachbildung im Mittelpunkt eine fachgebundene Bildungssprache und sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf im Deutschen als Zweitsprache. Auch dies kann umgesetzt werden durch alle Lehrkräfte in der Schule. Davon grenzen wir ab, die spezifische Sprachförderung. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Sprachbeeinträchtigung und hierfür sind Lehrkräfte erforderlich mit spezialisierten Schwerpunkten. Fokussiert wird in der spezifischen Sprachförderung Sprachstruktur, spezielle Sprachstrukturen und auch Sprachfunktionen. Und außerschulisch finden wir die Sprachtherapie beziehungsweise Logopädie. Sie richtet sich an alle Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene mit entwicklungsbedingten oder erworbenen Sprachbeeinträchtigungen. Sie wird umgesetzt durch medizinale Fachkräfte im Gesundheitssystem und fokussiert Sprach, Sprech, Stimm, Atem und auch Schluckfunktionen, die die Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigen.